Hallöchen Leute und willkommen zurück bei einem neuen Part. Bevor wir uns auf den Weg zur Eishöhle machen, machen wir das, was wir fast jetzt in jedem Part machen. Nämlich, wir gehen zum Chauffeur und geben unser Evoli ab. Bitteschön, fertig. Und Evolis Zuneigung gegenüber uns steigt weiter an. Das ist gut. Und wenn es so weiter geht, haben wir bald einen Nachthaarer bzw. Psyaner. Ich muss halt bloß auf die Tageszeit aufpassen, weil um einen Nachthaarer zu bekommen, muss es Nacht sein und um einen Psyaner zu bekommen, muss es Tag sein. Momentan ist es Tag, das heißt, wir würden einen Psyaner bekommen, wenn es sich jetzt entwickeln würde. Wäre es Nacht, hätten wir jetzt einen Nachthaarer, wenn es sich entwickeln würde. Und ja, da muss ich halt zur speziellen Uhrzeit halt spielen. So, ähm, aber jetzt, was wir jetzt hauptsächlich jetzt machen werden, wir machen uns auf den Weg zur nächsten Stadt oder beziehungsweise zur letzten Stadt in Joto. Dazu müssen wir jetzt so durch die Route 44. Ich gewinne hundertprozentig. Nichts, du hast es nicht vergessen nach deinem Dialog. Du Psycho, aber Kadabra, oder? Na, Tuxatu, wenn eben. Oder nur Natu. Tuxatu ist ja noch ein bisschen zu heftig, ne? Äh, komm, die Level, äh, mhm. Die Level sind ein Witz. Level 24. Äh, ich, äh, ich hätte jetzt mindestens 30 erwartet. Mindestens. Aber nein. Wir müssen schwache Pokémon einsetzen. Haku, kaka, kaka, kai. Diese Spieße ist uns zu schwer. Ja, 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 ja. Für Japaner zu viel, wie wir, ist das Spiel viel zu schwer. Ey, die Koreaner, wenn es ein Koreaner in die Hand kriegt, das Spiel, die lachen sich schlapp. Ich schaffe sogar ein, mhm, sieben Monate altes Baby, das durchzuspielen, wenn es ein Koreaner ist. Oh, Psystrahl, fuck. Oh nein, das wirst du überleben. Ich glaube an dich. Sehr schön, Iglawa. Du hast mich nicht enttäuscht. Ich bin stolz auf dich, ein Pokémon wie dich zu haben. Und jetzt macht dieses Kadavro fertig. Dankeschön. So, Erfahrungspunkte. Ah, das ist eine schockierende Niederlage. Wieso schockierend? Du hast doch hundertprozentig gesagt, dass du nicht gewinnst. Gut, hier ist ein Topschutz. Den könnten wir später vielleicht brauchen, wenn wir in dieser Eishöhle sind. Dann ist hier ein fetter Angler. Ne, ich angle so lange, bis ich nicht mehr kann. Und anschließend fresse ich die Fische. Das war ein bisschen nicht so fett. Und außerdem kämpfe ich bis zum Umfallen. So gehe ich auch mit meinem Pokémon um. Wie, du frisst deine Pokémon oder was? Hast du aber einen großen Verbrauch an Pokémon am Tag. Dann musst du ja immer wieder neu fangen, was? Hast du dich bestimmt an Vermögen an Pokébellen? Oh, arme Sremurai, du wirst jetzt bald von diesem Fettsack gefressen. Naja. Ich würde sagen, wir frittieren es noch ein bisschen, damit er es nicht mehr auf den Grill schmeißen muss. Aber wir haben nichts zum Frittieren. Doch, Igla war immer. Aber das funktioniert nicht so ganz. Gut, tun wir es zunächst einmal betäuben. Mit einer Hypnose, damit es nicht mehr ganz so viel Schmerzen hat, wenn es später gefressen wird. Ich bin ja so tierlieb, ne? Oder so Pokémon lieb, in dem Fall. Pokémon sind ja keine Tiere, wie dumm von mir. So, hier erst einmal betäuben. Okay, er wehrt sich offenbar. Kann ich verstehen. Nein, Tiefstrahl. Oh, Alpollo hat das locker überlebt. Nein, vielleicht auch nicht. Alpollo, bitte. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Nicht Emo spielen. Nein. Nein. Warum lässt du dich von einem Remorad besiegen? Das Pokémon ist nicht immer entwickelt. Du sollst dich schämen, Alpollo. Geh dich schämen. Schönes Alpollo. Was machen wir jetzt? Es möchte anscheinend nicht betäubt werden. Na ja, gut, dann müssen wir es eben so kalt machen. Du hast es so gewollt, Remorad. Mann, Mensch, alle unsere Pokémon sind vom Level ab, sehe ich jetzt gerade. Gerade war das Alpollo kurz vom Level ab und jetzt ist es X-Bud. Wahrscheinlich braucht X-Bud nur noch ein KP und... Äh, EP. Nein, und warum geht es fliegen daneben? Habe ich jetzt vielleicht eine Pechstähne? Ja. Aurora, Stahl. Nein. Ah. Boah, ey, dieses Remorad, das strapaziert meine Nerven ein bisschen. So, jetzt hat es Flügelschlag. Fliegen ist mir jetzt zu heiß. Weil ich befürchte, dass die Attacke wieder nehmen geht. So, Level ab für X-Bud, glaube ich. Jawohl, Level 33. Leider keine neue Attacke, aber es macht nichts. X-Bud ist das so schon stark genug. Ein weiteres Remorad. Oh Gott, oh Gott. Ähm, da nehme ich mal... Garados. Komm, wir setzen Garados so selten ein. Hallo, Garados. In den Kampf. Okay, Garados, bis zur Attacke. Müsste die Hälfte abziehen, ja. Ganz wie erwartet. Und Garados müsste den Tischdauer jetzt so ein Viertel abziehen. Nicht immer annähernd, okay Ich habe Garethos unterschätzt Garethos kann ganz schön abgehen Was übrigens ein blaues Garethos ist Weil ich habe keinen Bock gehabt, den Shiny zu nehmen Das ist mir irgendwie zu... Das machen viel zu viele Leute, habe ich das schon erwähnt Ja, so Schon wieder Stalker-Alarm Helle, ein perfekter Tag zum Angeln Ich fand etwas Kleines Am Ufer Wie versprochen, es gehört dir Ich warte hier Rote 42 Ein weiterer Wasserstein für uns Naja gut, nehmen wir den einfach mal mit Das kann ja nicht schaden Ich spiele mal Ja genau, spiele, das ist ein neues Wort Steht ab sofort im Duden Spiele S-C-H-Piele Aha Da bist du ja endlich Wie versprochen, dein Geschenk Danke für den Wasserstein, du perverse Sau Ich rufe dich an Wenn ich etwas Nützliches finde Ja Ja Okay Ähm, ich würde sagen Heimisch in unser Pokémon Werden wir schon hier an Maragonia City vorbeilaufen Bla 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 So, fertig, so schnell geht's Wenn es so schnell in Real Life gehen würde Dann bräuchten wir eigentlich keine Kranken- oder Unfallversicherung Naja So, jetzt laufen wir gleich eine Trainerin in die Arme Und zwar genau jetzt Nein, okay, jetzt Jetzt Okay Du siehst sehr stark aus Gute Trainer suchen instinktiv nach starken Gehnen an Äh, ja Zeig dein Blue Bella und dann mache ich dich kalt, ne? Oder dein Blue Bella in dem Fall Und ich trinke währenddessen ein Stück Äh, ein Schlück Nicht ein Stück Sondern ein Schlückchen Mann, jetzt hätte ich mich fast verschluckt Okay, Iglava Ein leichter Gegner für dich Jawohl, Wonitke gegen ein Käfer-Pokémon So möchte ich jetzt sehen, Iglava Gute Arbeit Und Iglava ist kurz vor seiner Entwicklung So, in dir kommt das angekündigte Blue Bella Gutes Pokémon Hatte ich auch mal im Team Ja, gutes Pokémon halt, ne? So, Wonitke glaube ich Äh, nicht ganz Äh, Blue Bella ist die Weitentwicklung von Duflor Wenn man Duflor einen Sonnenstein gibt Dann entwickelt es sich zu Blue Bella Gibt man Duflor allerdings einen Blattstein Entwickelt es sich zu Giflor Also es gibt zwei Pokémon, sodass ich Duflor entwickeln kann Nein So geht das auf gar keinen Fall Doch, das hast du ja gerade gesehen So, hier könnten wir surfen Mach ich auch jetzt, da So, hier ist ein Item Mitten im Gras Das ist gut Hier gibt es auch Schlurps, glaube ich Ah, wenn man schon vom Teufel spricht Ein Schlurp Bitteschön Haben wir denn einen Ball Das könnten wir vielleicht noch brauchen Das Schlurp Einfach mal so Ähm, Flammenrad Ja, igelt sich ein mit einem Igler Wer hätte es gedacht Aber ich glaube, den Flammenrad wird es überleben Weil er jetzt eh einen Igler eingesetzt hat Ich hoffe nur, dass Schlurp jetzt nicht brennt Oh, sehr schön Okay Ich probiere jetzt mal mein Glück Und schmeiße einen Superball 1, 2, 3 Und drin Okay, Schlurp werden wir später noch brauchen Wann wir es brauchen, das äh Sag ich euch allerdings noch nicht Ähm, ich sag euch aber, dass es noch ein bisschen dauert Bis wir es einsetzen werden Schlurp, Schlecker Größe 1,20 Meter Gewicht 65,5 Kilogramm Seine Zunge ist über 2 Meter lang Er setzt sie ein, um seinen gesamten Körper sauber zu lecken Ihhh, klingt pervers Aber gut Gut, ach shit Jetzt hätte ich fast das Item übersehen So, hier ein Top-Beleber Den könnten wir später in der Pokémon-Liga gebrauchen Oder in der Arena Was ist schon wieder? Ein Schlurp oder was? Nein, ein Ultrigaria Uh, sieht man auch nicht alle Tage Hallo, Ultrigaria Ähm, sorry Ultrigaria Du bist zwar ein schönes Pokémon, aber stirb Na, scheiß Paralyse Na gut, die Paralyse hat gerade verändert Dass unsere Iglerwann nicht durch Schlafpuder eingeschlafen würden Wurde Ach, scheiße Alter, was Iglerwann was los? Dreimal hintereinander, das gibt's doch nicht Viermal hintereinander Vielleicht hole ich so einen Zähler raus Na also, fiel mal hintereinander und dann trifft es er jetzt endlich So, One-Hit glaube ich Ultrigaria hat man auch mal ein Team Und zwar im Pokémon Team Rocket Let's Play Eister Xenia So, ähm, die See ist ruhig Blablabla, Surfer Hallo, fetter Wanderer Was bist du denn für ein Pokémon? Ha, wegen dir habe ich einen Quapsen verloren Was willst du uns deswegen unternehmen? Gegen dich kämpfen Und deine Pokémon ausschalten Ha, ha, ha Okay, was hast du denn? Wahrscheinlich selber ein paar Quapses, oder? Nein, ein Goldini Uh Uh, Entschuldigung Dass ich gedacht habe, dass du ein Quapsel hast Aber wenn du ein Goldini hast, bitteschön Da erinnert sich Auf einen Schlag alles Ich nehme in dem Fall Jetzt Alpollo So, Alpollo, du bist kurz vorm Level ab Also, ähm, bemühe dich, damit du dein Level ab bekommst Und vielleicht auch bald Traumfass erlernst Okay, äh, unser Alpollo ist Mal wieder verwirrt Aber es ist letztlich nicht selber Das ist gut One hit, komm Na, knapp, ein KP Wahrscheinlich nur noch Schnabel Ja, gut Schnabel wurde zu einer Flugattacke um Ja, um Gesetz Oder nee Äh Nee, nee, nee Schnabel war, glaube ich, auch in der ersten Generation Eine Flugattacke, oder? Weiß ich gar nicht mehr genau Wäre möglich, aber ich weiß es nicht genau Ich kann euch jetzt keine hundertprozentige Antwort geben Ob Schnabel in der ersten Generation eine Normal- oder eine Flugattacke war Ich glaube allerdings, es war eine Flugattacke jetzt Wo ich es sehe, dass es Nebula trifft Komm, Nebula, ey, Alpollo, Level ab Na Du wirst mich trollen, Alpollo, nicht wahr? Also gut, dann tausche ich dich halt jetzt aus Nicht, dass du schon Nicht, dass du nochmal von diesen Goldini getroffen wirst Durch eine Schnabelattacke So, ich nehme wieder Garladus Damit Garladus auch ein bisschen levelt Halt auf den Schnabel, Goldini Okay, ähm Das macht mein Garladus wütend So, Drachenboot zieht 40kp ab Immer Mann, Goldini hat aber nicht viel kp Wahrscheinlich so 60kp oder so Und tschüss, Goldini So, das müsste Level ab Jawohl Alpollo bekommt ein Level ab Lernt aber leider keinen Traumfresser Ich glaube, ich sollte mal Vicky nachschauen Wann Alpollo Traumfresser lernt Oh, Goldking Die Entwicklung von Goldini Hallo, Goldking Hallöchen Ähm, okay Ich glaube, dieses Goldking ist sehr schwierig Da Würde ich sagen Ein bisschen Silberblick Die Verteidigung senken Das erleichtert uns später die Arbeit Wenn wir angreifen So, ähm Gut, unser Garladus ist verwirrt Da wäre es jetzt klug Wenn wir es jetzt austauschen Ich wechsle jetzt mal zu X-Buds Und greife damit fliegen Oder vielleicht sollte ich es besser auch verwirren Na, ich verwirr es mal So, als kleine Rache Weil es vorhin meinen Pokémon verwirrt hat Welches es war, habe ich vergessen Ach ja, Garladus war es genau Er schlägt mein X-Bud mit seiner Route Oh mein Gott So X-Bud ist empört und fliegt davon Na los, selbst verletzen Sag Emo Yes, sehr schön Und da wir die Verteidigung gesunken haben Zieht die Selbstverletzung von Golking Mehr ab als üblich Und Angler Alfred hätten wir besiegt Vergiss es einfach Okay Was war los? Ach ja, dein Quapsel Ich habe gesagt Du solltest es vergessen Oh, super, Leute So, hier ist ein Strauch Eine Bandbeere Halt Ähm, eine Vereisung, glaube ich Gut, ähm Ach ja, übrigens kommen wir hier wieder zurück zur Stadt Es gibt also zwei Methoden, wie man diese Route durchqueren kann Hier ist noch einer Ich tue alles Um seltene Pokémon in die Finger zu bekommen Würdest du dir auch deine Finger abschneiden? Ich meine, da kannst du ja nicht mehr in die Finger bekommen, ne? Wenn du da alles tust Deine Frage ist daher Naja Relativ Ein Rehorn Ein Gesteinsboden-Pokémon Gesteinsboden-Pokémon sind sehr schwach gegen Wasser Also, Garados Du hast es gehört Dein Stichwort Oh mein Gott Stampfer Oh mein Gott Volltreffer Na los, Garados Surfer Es wird ein One-Hit 100%ig Vierfach stark Müsste ungefähr Äh, fast 400 abziehen Weil der Schaden mal 4 genommen wird Und Surfer eine Stärke von 95 hat Also ungefähr 400 Ja gut, minus 20 Äh, sind dann 380 Schaden Als gerade jemand gemacht Ein Hyperball Gut, hier ist ein weiterer Trainer Der hat einen Glutexto, glaube ich Ich kann sehen, dass du ein guter Trainer bist Ich kenne mich gut mit Pokémon aus Und ich sehe, dass du das auch tust Ja, da siehst du es richtig Du Pokémon Ass bist du, glaube ich, oder? Pokémon Ass Ja genau Pokémon Ass Lars, oder? Nein, Stan heißt das Hallo Stan Na, wer hat es gesagt? Ich weiß, dass der ein Glutexto hat Ja, ich bin so gut Ich bin ein Gottlike in Pokémon Oder ich habe einfach nur kein Leben So, ähm, wie geht das? So, ähm, Gardus Hier kommt die Feuerwehr Sein Schwanz brennt Was? Nein, keine Rauchwolke Oh, zum Glück liegen die Attacke daneben So, löschen wir mal diese Flamme Sehr gefährlich, ne? So, bedank dich bei die Feuerwehr Glutexto Die haben dir das Leben gerettet Oder auch nicht Egal Oh, das war ja der totale Reinfall Jupp Mit einem Pokémon, das schon brennt in den Kampf So, hier ist ein weiterer Trainer Der letzte auf diese Route, glaube ich Hier ist der Eispfad Hast du schon von dem legendären Vogel-Pokémon gehört? Nein, ich habe noch nie in meinem Leben von Arctos, Zapdos und Lavados gehört Nie in meinem Leben Ich, und ich weiß nicht, dass Äh, dass Arctos, Zapdos und Lavados Ähm, zwei Pokémon sind Die, äh, zusammen, ähm Ho-Oh ergeben Oder, und dass der, äh, Oberhaupt von den drei Vögeln Lugia ist Auch, keine Ahnung Irgendwie so Nein, ich habe noch nie von den legendären drei Vogeln gehört Nein, nein, nein Und Iglava ist kurz davor, sich zu einem Tornupto zu entwickeln Ich wollte schon wieder Imperator sagen Warum sag ich dauernd Imperator? Naja, gut, weil ich öfters Imperator, ähm, genommen hab In Crystal Edition Aber ich wollte halt hier mal Tornupto nehmen Weil eh Tornupto viel cooler aussieht als Imperator Muss man schon mal sagen Flug-Pokémon gegen Flug-Gift-Pokémon So, mal schauen, wer der bessere ist Und so ist natürlich Oder? Ja, wie konnte ich das mal anzweifeln? Auf meinen X-Bad kann ich mich immer verlassen Sehr schön, X-Bad So, ein weiteres Tau-Boga Ähm, ich, nur, ich tue nochmal X-Bad drauf Äh, ähm, Iglava Raus Was kurz vor der Entwicklung steht Oh, und wie kurz es vor der Entwicklung steht Seht ihr das? Okay, jetzt, äh, muss es nur noch überleben Und dann haben wir nach dem Kampf ein Tornupto, ein sicheres Was? Was? Hallo, Windstoß Unseren Starter Unseren vollentwickelten Starter Hallo, Tornupto Hallo, Tornupto Hallo, Tornupto Nicht schlecht, nicht schlecht Ach ja, die Werte Ähm, ja, ihr seht, Tornupto spielt hauptsächlich auf Spezialangriff und Initiative Ein sehr guter Angreifer, kann man sagen Daher sollten wir ihn auch Angreifer-Tacken beibringen Ich habe ja schon ein Moveset für Tornupto vorbereitet Und auch eins für die Entwicklung von Eboli Oh, mit seinem rosa Bändchen, oh Dann unser mysteriöses Alpollo Mit einem mysteriösen Minz-Amulett Welches noch mysteriöse ist, als das Minz-Amulett selber Was? Egal X-Buds X-Buds trägt halt Item Schande, das müssen wir ändern Okay, X-Buds, du bekommst jetzt ein Item Und zwar irgendwas Irgendwas, was brauchst du denn? Na, Bodenattacken, nee Entwickelt manche Pokémon, nee Mega-Block, nee Äh, Rauchball Nachgebe ich dem mal den auf, weil das soll's Garathos hat ein Item Und zwar Das müssen Das müsste Ding sein Äh Zauberdingens Zauberwasser, oder wie das heißt Ja genau Zauberwasser Verstärkt Wasser-Tacken Und dann haben wir noch unser Wohin genau? In die Box Welches Item ich ihm allerdings noch gebe, weiß ich noch nicht Ähm, gut Dann Was mach ich jetzt? Ich geh jetzt mal wieder zurück ins Pokémon Sender Hi, ich schneide die Pokémon Und dann machen wir uns auf dem Weg zum Eispfad Oder in den Eispfad So Gut, lesen wir uns das Schild durch Oder wisst ihr was? Wir lesen uns das Schild nicht durch Sondern ich schaue was nach Und zwar Mach ich wieder ein Safe Staves Und ich glaube ihr erahnt wieder was ich mache Ich, ähm, gebe Ebuli einen Sonderbombon Um wieder zu schauen ob sie sich entwickelt Oh man Also Ebuli Ich hoffe du entwickelst dich jetzt Äh, okay Immer noch nicht Ebuli zieht Sehr rum Ich bin am überlegen ob wir es vielleicht raus tun sollten Wenn es sich Zu spät entwickeln sollte Und dann unsere Entwicklung Keine guten Attacken mehr lernt Aber ich glaube die meisten Attacken Die, ähm, die Entwicklung lernst In Eno-Themen-Attacken Ich schaue mal schnell nach Moment Muss man wieder pausieren Oder wisst ihr was Das mache ich hier live jetzt Äh, was habe ich denn da Ähm Pokémon ist der Kristall So Da öffnet sich gerade Word Und Äh, äh, äh Muss man So Äh, ich hoffe ihr habt das jetzt nicht gesehen Welches Pokémon da Das konnte man ganz kurz lesen Aber nur ganz, ganz kurz Okay Die Attacken Die dieses Pokémon lernst Sind Ja, ganz gut eigentlich So Also Die meisten sind Themen-Attacken Ähm Ja Dann mache ich hier Stop Und dann jetzt im nächsten Part weiter Und ich hoffe wir kriegen Endlich die Entwicklung von Ebuli Ansonsten werde ich hier richtig, richtig Mütend Naja gut Dann bis zum nächsten Part Nur Eispfad Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal